Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu diesem allgemeinen Reading und möchte gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Infobox aufmerksam machen, die ihr unterhalb von diesem Video finden könnt. Ich habe in der Infobox zum Beispiel die Karten aufgelistet, die ich in meinen Readings verwende. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie dort euch genauer anschauen. Ich habe dort meine Social Media Links hinterlegt, sowie auch die Info- und Special Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten ebenso verlinkt finden, sowie natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Das könnt ihr euch natürlich im Resonanz- und im Interessensfall des Hauptreadings gerne ansehen, müsst ihr aber natürlich nach wie vor nicht. In einem allgemeinen Reading gibt es so manche Grundregeln, das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und die Personenkarten geschlechtlich neutral gedeutet werden und dass die Rollen bzw. die Energien auch vertauscht sein können. Dies nur vorweg zur Information und so starten wir jetzt auch mit eurem Reading. So, liebe Stiere, eure Karten sind ausgelegt. Aufdecken tun wir sie gleich jetzt gemeinsam. Wir sehen hier den Geier bzw. den Kondor. Das ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Und das magische Wissen ist eure Hauptenergie. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Das klingt schon mal sehr verheißungsvoll. Das klingt schon mal sehr positiv. Scheint sich hier auch mit der ersten Karte, mit dem Rad des Schicksals, um etwas zu drehen oder zu handeln, was sich so ereignen hat müssen, bzw. wenn man eben einen stark ausgeprägten Schicksalsglauben hat, so wie ich beispielsweise. Natürlich muss das nicht jeder von euch haben. Dann kann man auch sagen, das, was passieren wird, wird passieren, weil es passieren soll. Ergo aber auch das, was schon passiert ist, hat passieren müssen. Alles baut auseinander auf. Der Überbegriff ist da Kausalität, bzw. kann man auch Wege des Schicksals sozusagen. Manche von euch, die jetzt vielleicht eher an Gott als an Schicksal glauben, die könnten auch sagen, die Wege des Herren sind unergründlich. Auch das passt in eine derartige Nische sozusagen und beschreibt eigentlich eine derart vorgefallene Situation, wie sie bei vielen von euch wahrscheinlich und hier stets auch schon in der Vergangenheit liegen könnte, liebe Stiere. Es scheint mir hier etwas passiert zu sein, was nicht hätte anders passieren können. Das Rad des Schicksals auch eine Zeitkarte. Sie deutet auf Entwicklungen hin und da die Legung hier mit dem Rad des Schicksals direkt mal beginnt, glaube ich, dass es sich hier um schicksalshafte Entwicklungen für viele von euch dreht und handelt. Ihr hört vielleicht im Hintergrund, es fängt das Regnen an. Wenn es zu laut wird, mache ich natürlich die Balkontür zu, aber im Moment sollte es, denke ich, noch gehen. Der Herrscher. Der Herrscher ist eine sehr eindrucksvolle Person, eine für viele von euch wahrscheinlich auch wichtige Person. Man könnte auch sagen, dass es ein Mensch ist, der euer Leben prägt, vielleicht auch geprägt hat, weil, wie gesagt, es geht hier wahrscheinlich vieles um die Vergangenheit von euch. Dieser Mensch könnte eine Bezugsperson von euch gewesen sein in der Vergangenheit, könnte es auch stets noch sein, aber ich glaube, dass hier eine ganz bestimmte Situation schon bereits hinter euch beiden dann liegen könnte. Der Herrscher steht in einem allgemeinen Tarot-Reading stets für das Gegenüber von euch. Natürlich können nach wie vor auch in allgemeinen Readings die Rollen vertauscht sein. Es könnte also auch sein, gerade für Crosswatcher beispielsweise, dass ihr selbst darin dargestellt seid. Der Herrscher ist auch eine sehr hohe Entwicklungskarte, es ist die höchste Personenkarte, also das ist schon ein Mensch, der es euch auf gut deutsch gesagt angetan haben könnte, liebe Stiere. Die Mäßigkeit, das ist sehr positiv, denn die Mäßigkeit ist eine Heilungskarte, das zum einen, zum zweiten steht sie für Kommunikation und zum dritten steht sie für die Balance, für die Ausgewogen oder für die Ausgeglichenheit. Der Engel in der Mäßigkeit kann auch eine ganz spezielle Bedeutung haben, da werde ich euch aber mehr darüber erzählen, wenn ich jetzt hier noch mehr bekomme. Die Mäßigkeit im kommunikativen Aspekt, es könnte sich hier um Kommunikation drehen und Handeln zwischen euch und eurem Gegenüber, Bezug nehmend auf das, was hinter euch beiden bereits liegen könnte. Das ist dann gleichbedeutend, beispielsweise mit einer Entschuldigung, mit einer Rechtfertigung, mit einer Erklärung. Man könnte auch gut und gerne von der Verzeihung oder von der Absolution sogar sprechen. Es wird hier ein Thema aufgegriffen, möglicherweise zwischen euch und einem ganz bestimmten Menschen, welches stets unbereinigt blieb. Da war stets eine Sache zwischen euch beiden. Etwas Ungeklärtes, etwas noch Offenes kann man genauso sagen, aber etwas, was passiert ist und seither hat man nicht wirklich darüber geredet. Man hat es nicht geklärt und es könnte euch und es wird vielen von euch auch eine Art, ja man könnte sagen, eine Art Klotz am Bein gewesen sein. Das kann aber auch im beidseitigen Sinne ebenso für euren Gegenüber der Fall gewesen sein. Dieses eine Thema, diese Situation, dieser Umstand, der da passiert ist, der hat euer Beider weitermachen oder weiterkommen deutlich erschweren können, möglicherweise für den einen mehr als für den anderen, aber es kann auf euch beide ebenso hier gedeutet werden. Die Mäßigkeit weiterhin, diese Balance, diese Ausgeglichenheit, es kann gut und gerne sein, dass man für eine Balance, für eine Ausgeglichenheit in kommunikativen Aspekte natürlich sorgt. Der eine von euch hat etwas Schlechtes getan, hat Schuld möglicherweise an etwas ganz Bestimmten, um sich zu entschuldigen. Da kann man auch sagen, man stellt das Gleichgewicht ein bisschen mehr wieder her. Man könnte auch hier beispielsweise jemanden beklaut haben um, sagen wir mal, 500 Euro und jetzt zahlt man diese 500 Euro zurück. Die Schuld wird damit sozusagen beglichen. Natürlich macht jetzt das, und das ist natürlich nur ein Beispiel, liebe Stiere, macht es nicht wieder gut, dass man damals gestohlen hat, aber ein wenig, die Balance wird hier doch schon wieder initiiert sozusagen. Ob von euch auskommend, ob vom Gegenüber auskommend, das kann für viele von euch sehr unterschiedlich und different sein. Die Vier der Kelche, ja, da gibt es definitiv eine Art Rückschlag, eine Art Misserfolg, kann man sagen. Die Vier der Kelche ist eine ganz klassische Vergangenheitskarte. Sie deutet auf einen, ja, Misserfolg oder Rückschlag hin. Auf ein Scheitern kann das häufig auch hindeuten. Gerade dann im zwischenmenschlichen Aspekte wäre das hier absolut möglich. Mit der Spiegelung Vier Kelche auf Herrscher, es hat hier etwas mit eurem Gegenüber primär und direkt zu tun. Der eine wollte irgendwann den anderen nicht mehr, um es ganz salopp auszudrücken, um es ganz allgemein auszudrücken. Man hat hier möglicherweise eine Art Kennenlernphase gehabt, und von heute auf morgen hat man diese Kennenlernphase abgebrochen. Man könnte auch zusammen gewesen sein, und von heute auf morgen hat man sich getrennt beispielsweise. Man könnte viel miteinander geredet haben, viel miteinander geschrieben haben, und von heute auf morgen, da brach diese Kommunikation ab. Es scheint mir hier eher abrupt gekommen zu sein. Für manche, da ich hier eine Zeitkarte habe und hier eine Zeitkarte habe, kann das auch ein schleichender Prozess gewesen sein. Aber ich glaube, für die allermeisten ist das eher eine Art Nacht- und Nebelaktion gewesen. Und einer von euch beiden, der wurde hier sprichwörtlich mit nichts zurückgelassen, und da war die Enttäuschung zunächst einmal groß. Enttäuschung, Frustration kann hier in den Vier der Kelchen, vor allem dann, was Gefühl und Emotionen angeht, genauso dargestellt sein. Der Magier. Der Magier ist hier eine sehr eindrucksvolle Karte, muss ich fast schon sagen. Der Magier ist der Visionär, es ist der Mensch, der Ziele, Wünsche und Träume hat und auch bereit ist dafür, sich ins Zeug zu legen, um diese Ziele, Wünsche und Träume in die Realität zu bringen. Es ist jemand, der sich Ziele setzt und auch nicht davor scheut, sich die Finger schmutzig zu machen, sich nicht davor scheut, ein Risiko einzugehen. Das ist jemand, der die Devise vertritt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also man hat hier in der Vergangenheit ganz bestimmte Ziele gehabt, die man vielleicht bis zu einem bestimmten Grad nur gemeinsam erreichen hätte können. Das wäre dann beispielsweise so etwas wie eine Familiengründung oder etwas derartiges. Aber, und das zeigt hier eben auch schon die Spiegelung auf das Rad des Schicksals, es gibt auch Träume, Wünsche und Ziele, die man auf sich alleine gesteckt realisieren kann. Das ist etwas, was viele erst nach einer gewissen Zeit entdecken, gerade dann, wenn es sich hier um möglicherweise eine Partnerschaft handelt. Aber das muss natürlich nicht bei jedem von euch der Fall sein. Aber wenn, dann kann das hier gut und gerne eine Art Trauerphase mit sich gezogen haben, wo man dann gedacht hätte, ja, jetzt ist alles dahin, was ich mir erträumt habe. Jetzt ist alles futsch, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn man da ein wenig Geduld hat mit sich selbst, auch die Zeit kann hier gut und gerne die ein oder anderen Erkenntnisse mit sich bringen. Ich habe hier, wie gesagt, schon zwei Zeitkarten. Man kann gut und gerne mit der Zeit realisiert haben, nicht für jeden Wunsch, nicht für jedes Ziel und auch nicht für jeden Traum braucht man einen Menschen an der eigenen Seite. Vieles schafft man auch auf sich alleine gestellt. Und eine derartige Erkenntnis, möglicherweise auch eine derartige Bewusstwerdung, scheint hier mindestens einer von euch beiden bereits gehabt zu haben. Ein Nicht-Aufgeben oder ein Nicht-Aufgegeben-Haben, das kann ich hier deutlich entdecken. Die Sieben der Schwerter. Die Sieben der Schwerter ist eine Karte, die auf Manipulation hinweist und hindeutet, auf Lügen oder Betrügen, auf teilweise auch sogar Diebstahl. Und ich habe euch vorhin schon so ein Beispiel gebracht, welches hier gut und gerne für manch einen vielleicht zutreffen könnte. Jetzt wird es doch etwas zu laut. Ich mache hier einen kurzen Schnitt und mache die Tür schnell zu. So, entschuldigt die Unterbrechung, liebe Stiere. Die Tür sitzt zu. Es sollte jetzt wesentlich leiser sein. Leider halte es dann aber auch etwas, wenn ich die Tür zumache. Die Sieben der Schwerter. Es kann hier gut und gerne, weil es auch im Outcome eben eine Energie ist, für dieses Misstrauen stehen. Die Sieben der Schwerter, wie gesagt, es ist hier auch dieses falsche Spielchen oder eine Maske aufhaben, sagt man auch gut und gerne dazu. Dieses dem Schein nicht trauen, so kann man das auch formulieren. Das ist eine sehr interessante, wenn auch sehr typische Energie, gerade weil sie sich im Outcome befindet. Das heißt, es geht hier noch etwas so weiter. Das heißt, es wird hier noch nicht unbedingt ein Abschluss gefunden. Es könnte sich hier auch das ein oder andere flaue Gefühl im Magen bei vielen von euch breit machen. Aber da werde ich euch gleich wahrscheinlich noch etwas mehr darüber erzählen können. Dass hier etwas in den Mangel gegangen ist, in den Verlust gegangen ist, ist hier eigentlich völlig deutlich dargestellt. Jetzt auch mit den fünf der Kälchen auf das Rad des Schicksals. Das ist etwas, was passieren hat müssen. Und ich kann euch da wahrscheinlich tausende von Beispielen nennen. Liebe Stiere, ich kann euch natürlich ein konkretes Beispiel auch nennen. Aber es ist hier etwas, was passieren hat müssen, damit etwas anderes, was vorgesehen war, erst mal passieren hat können. Und ihr merkt wahrscheinlich, wie komplex die ganze Sache natürlich sein kann. Die Dinge bauen aufeinander auf. Die Wege des Schicksals ist da wahrscheinlich die gängigste Begriffserklärung beziehungsweise auch die gängigste Floskel, die man hier anwenden kann. Aber es steckt so vieles dahinter. Wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, merkt man auch diese Kausalität. Man merkt diese Komplexität. Alles kann sein, nichts muss sein. Es geht natürlich auch viel in die Philosophie mit rein. Aber ich hoffe, ihr wisst, wie das Ganze hier auf eure persönliche Situation natürlich zu beziehen ist. Es suggeriert hier mit den fünf Kälchen auf das Rad des Schicksals, dass etwas Schmerzhaftes, etwas Niederschlagendes, Niederschmetterndes, etwas mit einem Verlust zu tun haben, das erst einmal passieren hat müssen, damit folgende oder weitere Konsequenzen daraus entstehen können. Diese Konsequenzen können positiver Natur sein, negativer Natur sein, neutraler Natur sein, können für euch sowie auch für euren Gegenüber stattgefunden haben. Sie sollen aber verdeutlichen, was für ein Schmerz hier bei vielen von euch bereits in der Vergangenheit liegt, was bezugnehmend auf diesen Herrscher natürlich zu sehen ist. Die sieben der Stäbe, das sind Hürden, das sind Barrikaden, das sind Steine auf eurem Weg, könnte man auch dazu sagen, dass es definitiv eine Energie, wie man es sagen könnte, man hat sich voneinander distanziert. Es wäre nicht abwegig, dass ihr euch gegenseitig vielleicht blockiert habt. In sozialen Medien, vielleicht habt ihr euch auch die Nummer gelöscht oder etwas derartiges. Also ich glaube, dass Großkommunikation nach dieser Trennung, nach diesem Auseinandergehen von euch beiden, nach dieser Situation, die hier entstanden ist, da war Kommunikation nicht unbedingt an der Tagesordnung. Vielleicht hat man auch wirklich seither nie wieder miteinander geredet. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Mit den sieben der Stäben auf den Herrscher zeigt es auch, dass für viele von euch gerade dieser Mensch oder dieses Thema, was da passiert ist und mit diesem Menschen im Zusammenhang steht, etwas ist, womit viele von euch nicht unbedingt gerne auseinandersetzen. Manchmal fühlen sie sich aber dazu gedrängt, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was man nicht gerne hört, was einen nicht gerne in die Gedanken kommt, woran man nicht gerne denkt, wenn man sich dann abends ins Bett legt. Etwas derartiges. Das ist so eine Art unwillkommenes Thema, könnte man sagen. Aber es kommt auch daher, weil man hier und hier und hier auch schon sehen kann, dass das Ganze vieles mit euch gemacht hat. Man steckt hier in einer Art Bewältigungsprozess, vielleicht auch Heilungsprozess, das kann ich mir genauso vorstellen, der aber auch für euch sowie auch für euren Gegenüber etwas sein kann, was vom Vorfeld sogar auch für euch bestimmt war. Und auch das ist keine Seltenheit, wenn es so für viele von euch resoniert. In der Mitte des Readings haben wir das Ass der Stäbe. Da haben wir das Aktivwerden. Da haben wir den Impuls. Wir haben hier dieses, vielleicht auch dieses Risiko, welches man in Kauf nehmen könnte. Das Ass der Stäbe in der Mitte des Readings sowieso schon mal sehr aussagekräftig und das Ass der Stäbe auf die Mäßigkeit geklärt, hat etwas mit Kommunikation zu tun. Wo man sich vorher nicht getraut hatte, eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, da kann man sich jetzt dazu durchringen. Wo man früher nicht getraut hätte, das Gegenüber anzurufen, da nimmt man jetzt wenigstens das Telefon in die Hand und wählt schon einmal die Nummern. Das sind natürlich alles nur Beispiele, aber man kommt hier, um es umgangssprachlich zu formulieren, mehr und mehr die Pötte. Und ob ihr das seid oder ob das euer Gegenüber ist, das sei mal dahingestellt. Wie gesagt, die Rollen können vertauscht sind in allgemeinen Readings. Das hier sind Impulse. Das ist diese innere Stimme, die einem zeigt, wo es lang geht. So könnte man es echt ausdrücken. Und diese innere Stimme, und wir haben hier wie gesagt auch einen Engel, das kann so etwas wie eure Intuition oder euer Bauchgefühl sein. Das kann dieses, man fühlt sich zu etwas geleitet. Man fühlt sich zu etwas fast schon gezwungen. Möglicherweise fühlt man sich auch gedrängt. Aber es gibt keine offensichtliche Person, die einem dazu drängen könnte, etwas zu tun, was man eigentlich nicht tun möchte. Das kommt eher von sich selbst. Das kommt von einem selbst. Und ich kann euch das wahrscheinlich nicht spezifisch erklären. Ich glaube, dass viele von euch aber dann auch, wenn es so weit ist und ihr selbst diesen Impuls hier verspürt, dann werdet ihr diesen sehr schnell merken. Und da hat man dann diesen Gedankenfunken oder Gedankenfetzen, kann man auch dazu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich mich doch beim Gegenüber wieder melde? Was passiert eigentlich, wenn ich mich ins Auto setze, an die Tür fahre und erst mal klingel? Was passiert dann? Diese Idee, überhaupt darüber nachzudenken, etwas zu tun, was einem bislang überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, möglicherweise. Da werden viele von euch eine Art Wendepunkt haben können. Bedenkt natürlich, wie gesagt, das kann auch beim Gegenüber stattfinden. Die zwei der Stäbe. Dieses andere Vorgehen als das, was man bislang gepflegt hat, zu tun. Und ich glaube, liebe Stiere, dass viele von euch bislang nicht viel getan haben. Man hat im Prinzip nicht nur gezögert, man hat sich auch geweigert, in die Offensive zu gehen. Man hat sich geweigert, etwas zu tun. Frei nach dem Motto, mein Gegenüber muss sich bei mir entschuldigen. Und manche von euch könnten damit definitiv Recht haben. Manche von euch könnten sich das auch selbst nur einreden. Das kann jeder natürlich dann selbst für sich auch erklären. Und da kann ich euch natürlich in einem allgemeinen Reading nicht sagen, für wen was zutrifft. Aber ehrlich zu sich selbst zu sein, bedeutet auch manchmal zugeben zu müssen, dass man selbst Fehler gemacht hat. Und wenn man selbst Fehler gemacht hat, könnte man natürlich dann auch dieses notwendige Risiko, von dem ich auch hier schon gesprochen habe, aufwenden, um versuchen, diesen Fehler wieder gut zu machen. Und das kann, wie gesagt, auch wiederum bei euch beiden der Fall sein. Ich habe hier eine Dualitätskarte mit den zwei Stäben. Hier Dualität mit der Mäßigkeit auch schon dargestellt. Euer Gegenüber ist sowieso schon da. Also ich kann hier diese Energien auf eine sehr deutliche Art und Weise sehen, fühlen und auch herauslesen. Allerdings scheint es mir bei manchen von euch euch zu betreffen und bei manchen von euch euren Gegenüber zu betreffen. Die zwei der Stäbe suggeriert nicht nur eine andere Art und Weise des bisherigen Vorgehens. Weiterhin sind diese zwei Stäbe, aber auch diese beiden getrennten Wege, die es hier mit den vier der Kälchen, worauf die zwei der Stäbe geklärt sind, in der Vergangenheit bereits gegeben hat, vielleicht nicht weiterhin geben soll. Jedenfalls kann das eine Idee von einem von euch beiden sein. Die siebende Stäbe mit den zwei der Stäben in der Spiegelung bedeutet diesen Weg. Man wusste, dass es einen Weg gibt. Man wusste, man kann den Hörer in die Hand nehmen und das Gegenüber kontaktieren. Man wusste, man kann, man hat zwar vielleicht, man ist vielleicht auf WhatsApp blockiert, aber da gibt es ja noch Facebook, Instagram, da gibt es noch SMS, da gibt es noch was weiß ich, was alles für Möglichkeiten. Wenn man wollte, könnte man. Und das ist hier dieses sich selbst nicht, ja man könnte sagen, sich selbst nicht genug Mut zugesprochen zu haben, sich das selbst nicht zugetraut zu haben oder es selbst nicht eingesehen zu haben bislang. Und wie gesagt, das kann bei vielen von euch unterschiedlich sein. Für manche wird es auch das Gegenüber hier betreffen. Und das kann natürlich nur auf die persönliche Situation bezogen werden. Nochmals das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals am Anfang schon und hier in der zweiten Reihe als letzte Karte, es deutet auf schicksalshafte Entwicklungen hin. Es deutet auf Vorankommen hin. Es deutet auf, ja, ich sage da immer so gerne, das Rad dreht sich weiter oder das Zahnrad dreht sich immer weiter. Und das Rad des Schicksals auf den Magier, man hat hier ein ganz bestimmtes Vorhaben. Man hat hier Ziele, man hat Anliegen, man hat Wünsche. Und mit dem Rad des Schicksals auf den Magier und hier auch in der Spiegelung zu sehen, da ist man gewillt, sämtliches, was dazu notwendig ist zu tun, um ein ganz bestimmtes Vorhaben auch zu realisieren. Und wenn das Vorhaben hier lautet Kommunikation, wenn das Vorhaben hier lautet, etwas zu bereinigen, was in der Vergangenheit jemandem wehgetan hat oder etwas abzuschütteln, was einem seither beim Vorankommen gehindert hat oder dieses Vorankommen vielleicht auch erheblich und deutlich erschwert hat, dann heißt das hier sozusagen ein Risiko einzugehen, ein Wagnis einzugehen, über den eigenen Schatten zu springen, sagt man da auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass das hier für viele von euch oder für eure Gegenüber höchste Zeit ist, etwas zu tun. Weil für manche von euch, da ich hier jetzt wiederum die nächste Zeitkarte habe, kann das Ganze schon nicht nur Monate, sondern vielleicht sogar Jahre her sein. Die Sieben der Kelche, die nächste Siebenerkarte im Outcome. Das ist sehr, sehr verschwommene Energie hier. Also wie das Ganze weitergeht, wenn ihr euch in der Situation befindet, wenn ihr diesen Impuls beispielsweise verspürt und ihr eine WhatsApp-Nachricht verfasst, vielleicht noch nicht ganz abgeschickt habt. Dann macht ihr euch erst einmal darüber Gedanken, wie reagiert mein Gegenüber darauf? Bin ich noch blockiert? Hat mich mein Gegenüber blockiert? Liest er oder sie die Nachricht? Wird er oder sie mir antworten? Habe ich überhaupt noch die richtige Nummer? Hat mein Gegenüber WhatsApp? Also diese ganzen Fragen, Bezug nehmend auf ein Vorhaben, die schießen einem dann in Sekundenschnelle durch den Kopf. Wenn man einen Gedanken schon gar nicht mal zu Ende führen kann, da schaltet sich schon der nächste Gedanke ein. Man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. So kann man es tatsächlich auch formulieren. Und ich glaube, dass da viele von euch, ich sage jetzt mal wirklich, diesen Willen und diese Ambition verspüren, weiterzukommen, etwas ganz Bestimmtes zu tun, was zum einen euch mit der Vergangenheit abschließen lässt und zum zweiten den Weg für die Zukunft ebnen würde. Das ist das Grundvorhaben, das ist das Grundanliegen. Und das kann bei vielen von euch natürlich gemäß eurer Zielsetzung auch unterschiedlich ausschauen. Manche von euch planen mit dem Gegenüber, manche von euch planen ohne dem Gegenüber, manche von euch planen, sich zu entschuldigen, manche von euch planen, ja, im Prinzip auch nichts auf eine Entschuldigung zu geben und diesen Menschen im Prinzip aus dem Gedächtnis zu löschen. Diese Pläne, dieses Vorhaben, diese Anliegen, die können sehr unterschiedlich sein. Sie haben aber etwas damit zu tun, mit dem Abschließen von etwas Altem und dem Wegebenen für etwas Neues. Das ist, wie gesagt, das Allgemeine, beziehungsweise die allgemeine Deutung, die man hier sehr deutlich rauslesen kann. Die Sieben der Kelche kann gerade im Outcome auch noch auf die Kopf-gegen-Herzenergie hinweisen. Ich kann es noch nicht unbedingt so eingrenzen, beziehungsweise auch noch nicht so definieren, aber das kann für viele von euch auch in der näheren Zukunft dann noch eine Rolle spielen, dass beispielsweise der Kopf das eine sagt und das Herz eher anderer oder gegenteiliger Meinung ist. Das kann ich mir im Besonderen natürlich auch vorstellen. Der Teufel. Also was da passiert ist, liebe Stiere, das wünscht man eigentlich niemanden tatsächlich. Also hier ist nicht nur sowas wie ein Verlust dargestellt. Hier hat nicht nur jemand Schluss gemacht. Hier könnte man nicht nur, ja weiß ich nicht, sich jetzt die Kinder und den Umgang mit den Kindern teilen müssen mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin. Das sind natürlich, wie gesagt, alles nur Beispiele, aber das hat schon einen, ich möchte sagen, bleibenden Schaden hinterlassen. Das ist etwas, worüber man nie wirklich ganz hinweggekommen ist. Das ist etwas, was nicht nur eine Art Klotz am Bein ist, sondern so eine Art Eisenkugel am Bein ist, wenn ihr mit dieser Metapher etwas anfangen könnt. Der Teufel verdeutlicht das nochmals sehr, sehr stark, denn der Teufel ist eigentlich grundlegend negative Karte. Es gibt ein paar positive Deutungsvarianten vom Teufel, aber wenn der auf die 5. der Kelche geklärt ist und mit den 7. der Stäben konjungiert, dann ist der hier nicht unbedingt positiv zu deuten. Hier haben viele von euch etwas sehr Negatives erlebt, woraus sie sich jetzt sozusagen wieder empor kämpfen möchten, beziehungsweise das wahrscheinlich auch schon über einen langeren Zeitraum hinweg praktizieren, beziehungsweise versuchen. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Ich sehe hier von dieser Hilfe noch nicht viel. Der Engel da in der Mitte oben, der kann ein Indiz dafür sein. Da werde ich euch aber gleich hier unten noch ein bisschen was mehr dazu verraten können. Aber dieses, die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Die Ambition dazu sehe ich hier noch und nöcher. Aber du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Ich glaube, dass wenn es hier etwas zu bereinigen gilt zwischen euch und einem ganz bestimmten Menschen, dann ist man auch auf die Zuwirkung jenes Menschens in vielen der Fällen auch angewiesen. Es gibt einen Fall, wo man nicht auf die Zuwirkung des Gegenübers angewiesen ist und das ist dann dieses aus dem Gedächtnis löschen, aus dem Herzen verbannen. Da braucht man nicht das Einverständnis, da braucht man nicht die Mitwirkung des Gegenübers. Da kommt es einzig und allein auf die eigene Willensstärke an. Aber da gehört noch viel, viel mehr dazu als Ehrgeiz und Willensstärke. Willenskraft ist übrigens eine der ganz wenigen positiven Deutungsvarianten des Teufels. Deswegen kann das für manche von euch ebenso ein Szenario sein. Und jetzt kommt hier das zweite Ast der Stäbe. Dieser Impuls, dieses ich will nicht länger so weitermachen wie bislang. Ich glaube, anders kann ich es gar nicht ausdrücken und ich kann euch nach wie vor nicht sagen, ob das euren Gegenüber hier betrifft, also von euch aus kommt und sich auf das Gegenüber bezieht oder umgekehrt vom Gegenüber aus kommt und sich auf euch bezieht logischerweise. Aber diesen Schritt, diese Idee, dieses ich will jetzt etwas tun, ich gehe jetzt in die Vollen, ich gehe jetzt ein Wagnis ein, ich gehe jetzt ein Risiko ein, das war bislang noch nicht der Fall. Und dieser Impuls, der wird stärker und stärker. Und wenn man diesen Impuls verspürt, man muss ihm auch nicht beim ersten Mal nachgehen oder nachkommen. Aber er wird sich wieder einschalten und wiederkommen und wiederkommen. Dieser Impuls, der wird nicht verschwinden, wenn man weiterhin untätig bleibt. Auch da spreche ich teilweise aus Erfahrung. Und ich glaube, dass hier viele von euch auch schon vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg diese Impulse verspürt haben, etwas zu tun, was man sich bislang noch nicht eingestanden hat, tun zu können, tun zu müssen, tun zu wollen. Denn das kann man formulieren, wie man möchte natürlich. Der König der Schwerter. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn ihr darin dargestellt seid, liebe Stiere. Ihr seid hier wahrscheinlich wirklich viel auch in eurem Kopf unterwegs. Ihr seid hier sehr analytisch, ihr seid hier sehr intelligent natürlich. Also die Grunddeutungen des Königs der Schwerter ist Intelligenz, es ist Entscheidungsfindung, Entscheidungskraft kann man auch dazu sagen. Das ist jemand, der eine Entscheidung trifft, die sehr wohldurchdacht ist, wo man sich auch selbst 100% sicher ist, dass man das, was man im Begriff ist zu tun, auch tun möchte. Das ist typisch für einen König der Schwerter. Natürlich auch ein Kopfmensch, häufig auch jemand sehr intelligentes, jemand mit klarem Verstand, manchmal auch mit kombinatorischem Denken, bzw. auch eine ausgeprägte Menschenkenntnis kann dieser Mensch haben. Aber dieser König der Schwerter, da ich auch hier euren Gegenüber habe, liebe Stiere, ich meine, da sind viele von euch darin verkörpert. Natürlich nach wie vor, wie gesagt, die Rollen können vertauscht sein. König der Schwerter auf das Ast der Stäbe. Dieser Mensch, dieser König der Schwerter, der hat hier eine Idee. Der hat hier definitiv für manche von euch kann es auch eine Strategie sein oder einen Plan betreffen, den man sich hier zusammengebastelt hat, könnte man sagen. Gerade dann, wenn diese Situation zwischen euch beiden, wie sie in der Vergangenheit passiert ist, sehr komplexer Natur ist, da reicht es nicht, einen Anruf zu tätigen. Da muss man vielleicht auch eine ganz bestimmte Strategie oder einen sogenannten Erfolgsplan sich zunächst einmal zusammenschustern. Und das könnten hier einige von euch tatsächlich schon bereits getan haben. Der König der Schwerter auf die Mäßigkeit in der Spiegelung, dieses Sich-Durchsetzen, dieses Sich-Durchringen, könnte man auch sagen, hat hier etwas mit Kommunikation zu tun oder allgemeiner formuliert mit einer Kontaktaufnahme zu tun. Diese innere Stimme, dieses Es lässt einem nicht mehr los, diese Idee, dass das unterm Strich auch jener Impuls ist, jenes Verlangen ist, könnte man auch dazu sagen, was einen dann unterm Strich unterstützt oder beflügelt. Ich glaube, dass für viele von euch auch die Engel, die Intuition, vielleicht auch das Gewissen, das kann alles sehr unterschiedlich bei vielen von euch sein, je nachdem, ob ihr mehr in der Kopf- oder mehr in der Herzenergie seid. Aber ich glaube, dass da für viele von euch diese Hilfe damit gemeint ist, diese Hilfestellung auf allen Ebenen. Und das muss nicht die Ebene sein, die wir alle kennen und auf der wir wandeln. Das ist die 3D-Welt sozusagen. Da gibt es noch ganz andere Dimensionen. Und aus einer dieser Dimensionen kann auch diese Hilfe, diese Unterstützung erfolgen. Sprechen, wie gesagt, von dieser inneren Stimme, von der Intuition, vom Bauchgefühl, von einem Traum, den man haben kann. Natürlich sind das alles nur Beispiele. Der Gehengte. Der Gehengte kann für zweierlei stehen. Nämlich zum einen für ein Stagnieren, für ein Festsitzen, für ein Festhängen. Das hat ja wahrscheinlich dann eher etwas mit der Vergangenheit natürlich zu tun. Ja, ich glaube eher, dass hier dieser Perspektivenwechsel, dieser Meinungswechsel mit dem Gehengten dargestellt sein kann. Vor allem hier auch auf die 2 der Stäbe sieht man das sehr deutlich. Ich habe euch hier vorhin schon erklärt, eine andere Art und Weise des Vorgehens, etwas, was man bislang nicht getan hat, zieht man jetzt in Erwägung zu tun. Und genau das hat natürlich dann auch etwas mit einem Meinungs- oder Perspektivenwechsel zu tun. Vielleicht haben die ein oder anderen von euch ganz bestimmte Informationen bekommen. Sei es etwas, was ihr gelesen habt oder etwas, was euch ein Bekannter erzählt hat oder etwas, worauf ihr irgendwie aufmerksam geworden seid. Vielleicht sogar bei euren Überlegungen, bei euren Gedankengängen, bei euren Träumen möglicherweise. Aber eine ganz bestimmte Information kann für viele von euch diesen Perspektiven oder Meinungswechsel auch ausgelöst haben. Der würde dann folglich ausschauen, ich will nicht mit meinem Gegenüber reden, ich möchte den Kontakt nicht suchen, ich möchte mich nicht als erstes melden. Und man hat jetzt hier sozusagen eine Offenbarung oder vielleicht auch nur so etwas wie eine Information bekommen, die einem diese standhafte Meinung vielleicht noch mal überdenken lässt. Vielleicht hat man dann wirklich einen Grund, sich als erstes zu melden. Vielleicht kann man sich dazu durchringen, dann sich als erstes zu melden oder in den Kontakt zu treten. Vielleicht hat man hier auch die ein oder anderen Einsichten bekommen, dass man vielleicht auch selbst nicht ganz unschuldig war in der Vergangenheit. Alles beispielhafte Formulierungen. Aber all das sind natürlich Wege des Schicksals. All das sind diese Entwicklungen, diese Impulse, dieses Empfinden, etwas zu tun oder etwas tun zu wollen, damit man es nicht nur hinter sich hat für manche von euch, sondern damit man besser vorankommt als noch bislang. Damit man diesen Loslass-, Heilungs- oder Bewältigungsprozess, der natürlich dann auch mit dieser Situation, mit dem Umstand zu tun hat, der schon passiert ist, erfolgreich bestreiten und vielleicht auch abschließen könnte. Gerade dann, wie gesagt, wenn es ein Traum war, wenn es ein inneres Gefühl ist oder ein Flüstern in eurem Ohr. Ich kann da so viele Formulierungen anwenden, aber das kommt einer Hilfe auf allen Ebenen schon sehr nahe. Und wir haben die dritte Rat des Schicksalskarte. Also ich glaube, ich habe euch zu Genüge über die Wege des Schicksals schon referiert. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich euch hier näher bringen möchte. Diese Konsequenzen, diese Entwicklungen, das, was passiert, ist. Das muss passieren, das soll passieren, das wird passieren. Es gibt einen ganz bestimmten Grund für all das, was passiert ist, was passiert und was passieren wird. Und wie gesagt, die Kausalität, der Zusammenhang der Dinge. Manche von euch könnten da ein sehr fundiertes Wissen darüber besitzen. Das sagt mir jetzt das Doppelrat des Schicksals auf den Magier. Das ist aber etwas sehr Seltenes tatsächlich. Ein Teufelskreis ist auch hier dargestellt und hier dargestellt. Jetzt der Teufelrat des Schicksals, Teufelrat des Schicksals in der jeweiligen Spiegelung suggeriert einen Teufelskreis. Und klar, man ist hier in einem Loslassbewältigungs- oder Heilungsprozess, aus dem man nicht einfach so mir nichts, dir nichts herausgekommen ist. Sonst würdet ihr euch nämlich diese Gedanken gar nicht machen. Sonst werdet ihr hier wahrscheinlich gar nicht mit diesen Impulsen da gesegnet, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass ihr diese Impulse verspüren würdet, wenn ihr damit schon längst abschließen habt können, liebe Stiere. Und nach wie vor kann das Ganze natürlich auch auf der Seite eures Gegenübers stattfinden. Aber diesen Teufelskreis zu durchbrechen, damit abzuschließen, voranzukommen, mit der Vergangenheit abzuschließen oder die Vergangenheit wird jetzt bereinigt, kann man natürlich genauso sagen. Das ist hier in der Doppelten Spiegelung sehr deutlich dargestellt. Und ich glaube, dass hier viele von euch eine konkrete, eine fundierte, vielleicht auch sehr intelligente, vielleicht auch sehr strategische Idee haben, wie man das Ganze erfolgreich gestalten könnte. Es werden hier trotzdem noch Herausforderungen auf euch warten. Aber mit dem Narren ist hier auch schon dargestellt im Outcome, dass hier für viele von euch auch eine Art neuer Abschnitt, eine Art neues Leben, eine Art, ja vielleicht auch neue Situation entstehen kann. Und ich glaube, dass viele von euch dafür selbst Sorgen oder Sorge tragen können. Gerade aber auch der Narren mit den Sieben der Schwertern, mit den Sieben der Kelchen hier. Da wird mir das weiterführende Reading wahrscheinlich jetzt noch einiges berichten können. Und ich ahne, dass das nicht weniger kompliziert wird als dieses Reading hier. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr kommt bislang mit oder ihr seid mitgekommen, liebe Stiere, weil wir jetzt schon wieder fast am Ende angelangt sind. Der Nah-Neustart-Potenzial, auch Freiheit ist darin verkörpert. Eine Art Neuanfang, eine Art Tapetenwechsel kann das sein. Es kann hier sehr, sehr vieles angeführt werden als Begriff. Aber für viele von euch ist hier auch dieses Austreten oder Entkommen aus dem Teufelskreis dargestellt. Wie gesagt, ich möchte mir diese drei Karten natürlich jetzt im weiterführenden Reading genauer anschauen. Ich hoffe, wie gesagt, dass viele von euch hier mitgekommen sind, dass das einigermaßen Sinn gemacht hat, was ich euch hier versucht habe näher zu bringen. Sollte die euch darin entdecken, liebe Stiere, sollte das eine Situation sein, wie sie auf euch zutreffen kann. Solltet ihr damit in Resonanz gehen und solltet ihr natürlich dann auch Interesse haben, könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Natürlich ist das nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen November weiterhin, liebe Stiere. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut! ... ... ...